so hoffen wir das jetzt klappt also engine macht techniker gameplay macht gergon story macht designer okay es ist ein schulsimulator braucht basic physics nein braucht eigentlich keine charakter progression maus und schiefen sind immer gut ok jetzt glaubt es auch wieder sehr schön und halt baut sich auf warum auch immer beim schulsimulator und nicht bei dem anderen spiel vorhin ok und er hätte jetzt auch schon sein ding ins sein scheint voll zu sein bessere okay das lassen wir mal so obwohl schulsimulator ruhig ein paar mehr dialoge haben dann 8,6 millionen das tut schon wie 200.000 monatliche kosten ok anti gergon ist ausgepowert grafik ist nur bei 68 prozent da muss ich die römischen ausbauen so soundtrack virtual economy in der schule so kommt definitiv nicht an die 200 ran wie vorhin aber ordentlich hype jede menge bugs jede menge forschungspunkte allerdings auch und es rentiert sich hoffentlich einfach nur dass wir die zeit tot geschlagen haben und das nächste spiel wird das richtig gute spiel mit den beiden boostern hier kommt wachs weg oh wir sind doch ziemlich hoch gekommen wann ist das denn passiert so wachs sind weg 201 wow ok neues topic neue kombo super kombo schulsimulationen schulstrategie simulationen so war das wo war mal hatte ich eine strategie mit drin ne nur simulationen ok stimmt sim city wars war die simulationsstrategie dingens ok doom urlaub und highschool hell 8 millionen und das bringt nur 6 punkte ist ok habe ich kein problem mit wir werden eh gleich ein super spiel generieren mit unseren boostern dann ist alles gut oh eine 8 gleich schon mal die 6 aus ist also bisher ein 7er spiel jo glattes 7er spiel so du trainierst in der zeit wo er im urlaub ist nochmal irgendwas tolles und zwar speed und du trainierst weiter design pixel cup so du bist gleich schon wieder da oh nächstes jahr kommt die nächste generation an spiele konsolen ist ja nicht so dass jedes jahr bisher irgendwelche spiele konsolen rausgekommen sind aber ja nächstes jahr kommt die nächste generation was auch sinn macht ja die fortschritte in der pc industrie sind sehr weit vorangeschritten und die konsolen komme ich so ganz hinterher aber es wird gemutmaßt dass die nächste generation an konsolen da mithalten kann was nicht stimmt wie wir wissen pcs sind immer besser als konsolen punkt also ja wenn man faul ist und sich mit hardware nicht ausgeht dann sind konsolen auch toll aber pc sonst super und ich bin kein bisschen eingenommen oder schubladendenkerisch ich doch nicht so mikronoft und woni werden sich ein race werden um die wette eifern mit der m box 360 mal gucken so training ist zur hälfte durch er ist immer noch im urlaub jetzt wieder da das training bringt ja richtig viel ok wollen wir noch ein bisschen trainieren ich meine wir haben ja noch puffer dann setzen wir quasi alles auf eine karte aber ne die booster sind voll wir sollten was machen also wir hätten gerne ein sequel von was haben wir noch kein sequel gemacht die mml haben wir schon dungeon sprinter ist auch neu sepp ist auch neu game 31 also ein sport simulator davon machen wir noch mal ein remake das hat nämlich schon 6000 fans und das heißt game 40 sport simulator plattform spc engine ist die 2000er engine es ist auf jeden fall medium und für alle das alte spiel 31 hatte das schon die 2000er engine ich hoffe mal nicht was gibt ihm den bonus wenn man eine neue engine benutzt aber wir können uns auf keinen fall eine neue engine leisten und wir haben noch nicht so viel was mit reinpacken können na gut hoffen wir das beste 3d grafik starten boost man sollte nicht am anfang boosten habe ich gerade festgestellt am anfang generieren gar keine punkte ok wieder was dazu gelernt also simulatur physics ist wichtig cut scenes können raus gameplay man weiß nur so dass wir hier alles bekommen genau so maus achievements für den rest haben wir kein ding ins gamepad kostet 10.000 ist ok und jonas und lee ist jetzt schon vollkommen ausgelastet hehehe ok vielleicht sollte man noch nicht so viel auf ding ins gehen und dann vielleicht was rausnehmen multiplayer jagen alleine ist eh viel entspannter so gameplay hat alles das story können wir auch noch einfache cut scenes mit reinbringen ja wenigstens noch ein bisschen was an story ok und das ist kein jagdspiel verdammt nochmal es ist ein sportspiel mist so zweite phase warten wir noch kurz wir bauen noch extra hype auf und zwar diesmal das bessere hype das hier und sein booster ist weg gut hier warten wir auf phase 3 machen dann sein ne der hat ganz schön lang gebrannt ich glaube wir machen gleich den booster für ihn hier also wie schaut es hier aus jonathan lee ist ganz schön ausgepowert also könnten wir ein bisschen runterschrauben damit er nachher nicht so ausgepowert ist und alles noch einig was man mitmachen kann auch wenn es dialoge nicht ganz so wichtig sind so ok und auf den kopf zu kratzen boost oh und es scheint dass highschool hell einige bugs hatte und manche der kunden beschweren sich drüber was das hatte ja keine bugs das hatte null hm wir könnten eher geld entweder geld ausgeben um es zu patchen oder die bitten ignorieren das ist eine ganz schlechte idee aber wir müssen aktiv jemanden dazu abstellen um die bugs zu entfernen und wir haben gerade keine zeit weil wir unser super spiel generieren also muss das warten komm super spiel bisher sieht es nicht so super aus achso jetzt kommt der stage 3 ok äh grafik hat 83% brauchen mehr so ist ok world design virtual economy ne rich back story ist ok für ein sportspiel warum nicht hm so jetzt kommen schon 200 auf jeden Fall knacken dann schauen wir weiter jo 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 gib ihm gib ihm highschool hell hat fast 3 Millionen gebracht okay gib ihm gib ihm gib ihm so 46 bucks hoffentlich hoffentlich wir müssen wieder auf über 10 Millionen kommen von 20 Millionen rede ich schon gar nicht mehr wir müssen nur über 10 Millionen kommen und wir haben uns um die patche gekümmert innerhalb von recht kurzer zeit und deswegen meckern jetzt alle das ist nicht so schön aber na gut wir können halt nicht anders gerade hätten sie warten müssen ich warte schon seit Jahren auf bestimmte patche und manchmal kommen sie sogar noch soll man nicht so ungeduldig sein so neue rekord bei beidem keine bonus weil es die kombo schon gab und überhaupt ist ok world design level up 3d grafik auch bald ein level up bitte keine hier das kostet zu viel ok es war knapp so und bevor jetzt die kritiken kommen verpulvern wir alle unsere research punkte in noch mehr training so obwohl vielleicht mal ein neues topic und zwar virtual pad hm ok research so du trainierst du bist der technologische mensch aber geschwindigkeit könnte es doch mal trainieren also time trials und kritiken sind dafür Spielnummer 40 dem Nachfolger von spiel 31 komm schon Geld 8 8 ist gut 8 ist wesentlich besser als 5 und 6 und 7 ja oh schön Geld ich sehe viel Geld in unserer Zukunft ja ok aber es ist wesentlich besser als alles vorher in letzter Zeit so du trainierst was hast du denn bei Speed 244 ok mach du auch mal time trials so gib uns die Verkaufszahlen was sieht gut aus eine Million oh sehr schön und hat großartige kritiken bekommen und es hat eine neuere engine ja sehr schön über 10 Millionen oh du bist fertig was haben wir noch an neuen Topics wehrwolf wehrwolf action wehrwolf simulator wehrwolf rpg wehrwolf rpg hm 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 booster füllen sich langsam aber nun halt langsam hm 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 wenn er am Anfang hatte aber seien gut gewesen zu sein wir sind schon wieder auf 11,7 so diese lehmtrede durch und die ts 64 wird vom markt genommen so du musst im urlaub und g3 wo man mehr investieren 500.000 die kommen wir sind gerade wieder auf einen guten weg small boost ist okay und er ist dann hoffentlich auch wieder da das wir warten jetzt nur kurz darauf dass er wieder da ist eine woche ist rum zwei wochen sind rum hat schon über 500.000 einheiten verkauft so dritte woche ist gleich herum wir müssen jetzt ein spiel starten und er ist wieder da super 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 timing ok neues spiel medium topic wer wolf wie spricht man sowas aus und heulen okay hauling haulas werwolf rpg und adventure oder action action plattform der pc sieht anders aus es gibt platz screens sehr schön engine unsere engine aber wenn wir langsam echt vom training abgehen sollten ein paar neue technische herum schaffen erforschen aber wir müssen gucken weiter die grafik version 5 ist okay diesmal pusten wenig gleich am anfang sondern erst in phase 2 also es ist diesmal ein rpg also muss das hier höher und das da höher charakter progression ist wichtig gamepad kann raus waren es cutscenes sollten rein gleichen wir mal alles aus so engine braucht mehr kann ein bisschen gameplay runter ein bisschen story auch nicht zu viel